Kylie Jenner gehört zu den heißesten Frauen und viele wollen genauso aussehen wie sie. Sie hat diesen Hype selbst ausgelöst und für viele Trends gesorgt. Außerdem macht sie Millionen, indem sie Frauen ihre Produkte verkauft. Das Versprechen? Genauso aussehen wie sie. Anscheinend hat sie damit alles richtig gemacht, trotzdem will sie nie zu viel zeigen. Sie ist extrem vorsichtig, welche Fotos von ihr auftauchen. Auch da will sie die komplette Kontrolle behalten. Auch ihre Modelfreunde haben in einem YouTube-Video darüber diskutiert. Und Kylie sagte, ich verschicke nie Nacktbilder. Allerdings muss man betonen, dass sie schon letztes Jahr die Hüllen fallen ließ, und zwar für das Männermagazin. Trotzdem war alles bedeckt. Wie findet ihr diese Aussage von Kylie Jenner? Widerspricht sie sich dabei selbst? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check The Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen! 2 3